Musik Hallo, ich bin Maja Böttcher, die Kinderreporterin von Radio Regenbogen und ich will euch heute den Kindertag zeigen. Musik Wie finden Sie den Radio Regenbogentag? Also ich finde ihn ganz toll, mir hat ein bisschen Angst mit dem Wetter. Was finden Sie, dass es die Highlights sind? Ja gut, ich denke für die Erwachsenen wird es eher die Bühne sein, für die Kinder sind es die Stände, wo man drehen kann. Musik Musik Hallo, wie findet ihr den Radio Regenbogen Kindertag? Der ist echt super, hier kann man so viel machen und wir waren schon vorhin bei der Bühne, da sind richtig gute Bands aufgegriffen. Es ist total toll, man kann so viel gewinnen und es ist einfach nur ein Riesenspaß. Was ist für euch der Highlight hier? Ähm, ja so die Stars, die da auftreten und ja. Auf welche Band wartet ihr schon ganz gespannt? Mache Klaassen Und Dominik Büchner, das wird bestimmt toll. Ja, Mache Klaassen. Ich hoffe, dass wir ein Autoprogramm kriegen, das wäre super. Okay, Dankeschön, das war's schon. Tschüss. Das war ein kleiner Teil vom Kindertag. Später geht's mehr. Musik Später geht's mehr. 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 Vielen Dank.